Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo und wer hätte das gedacht, was habt ihr euch am meisten gewünscht? Wäre das nicht ein Tier 7 Schlachtschiff wie die Amagi? Also ich meine natürlich Tier 8, nein warte ich meine Tier 7, aber wir nennen es anders. Denn genau das ist was jetzt kommen wird, die Ashitaka. Eines der Schwesternschiffe der Amagi, wie ihr wisst wurde die Amagi Klasse als eine Serie von 4 Schlachtkreuzern für die kaiserliche japanische Marine geplant. Sie war Teil der 8-8 Flotte, die Schwesternschiffe der Amagi, was quasi der namensgebende Schlachtkreuzer war, hießen Akagi, Atago und Ashitaka. Und die Ashitaka kommt nun mit dem im Spiel befindlichen Amagi Rumpf A als Tier 7er ins Spiel. Die Stats sind folgende 59.400 Trefferpunkte, eine Hauptbatterie von 5x2,410 mm mit einer beachtlichen Feuerreichweite wie die Maximalfeuerreichweite der Amagi von 19,9 km. Der Alphashaden Hay ist 6.500, der Alphashaden AB ist 12.400. Die Nachladezeit sind beträchtliche 31 Sekunden. Die Maximalstreuung 227 Meter bei einer Turmdrehgeschwindigkeit von 45 Sekunden pro 180 Grad. Die Maximalgeschwindigkeit ist 30 Knoten, das Sigma 1,8, der Wendekreis 870 mit einer Ruderschellzahl von 14,9 Sekunden und einer Oberflächensichtbarkeit von 16,8 ist sie eingepflegt in den japanischen Baum. Wie gesagt, nach der Tier 6 Mutsu, was eigentlich eine veränderte Nagato ist, kommt jetzt die Tier 7 Amagi Rumpf A mit leichten Änderungen. Was haltet ihr davon? Ein Schiff, das es unbedingt gebraucht hat? Oder setzt ihr hier auf reine Copy & Paste Geldmacherei von World of Warships Macher Wargaming? Verständlich oder unnötig? Was ist eure Meinung? Schreibt sie mir in die Kommentare. Was ist eure Meinung? Schreibt sie mir in die Kommentare. Verständlich ist es euch in die Kommentare zu ihr. Für die ZDV-Shin-Joh-Reich. Wir sehen uns hier. Ich weiß euch an, wie sie zu, wie sie zur Verfügung haben. Wir sehen uns hier. Vielen Dank.